Gut. Besser. Bremer. Ein typischer Arbeitstag bei Günther Bremer beginnt mit einem Kaffee und frischen Vitaminen. Nach einer kurzen Einsatzbesprechung starten unsere Teams zu den Baustellen. Ein gepflegtes und top ausgestattetes Montagefahrzeug gehört zu der Grundausstattung jeder Kolonne. Moin, mein Name ist André und ich als Vorarbeiter bin dafür zuständig, dass es auf den Baustellen grundläuft. Man hat schon echte Verantwortung, aber auch Unterstützung durch die Bauleiter und ein tolles Team. Die Wertschätzung nach erfolgreicher Fertigung macht mich besonders stolz. Als Ausbildungs- und Meisterbetrieb fühlen wir uns jungen Menschen verpflichtet und bilden sie gerne beruflich aus. Eine Ausbildung zum Trockenbauer oder Tischler bei Günther Bremer hat Zukunft. Hi, ich bin Markus Brüter und ich absolviere hier im ersten Jahr eine Ausbildung zum Trockenbau. Ich habe mich für den Beruf entschieden, da ich sehr gerne handwerklich kreativ arbeite und ich es klasse finde, bei der Entstehung eines Bauwerkes mitzuwerden. Ich habe viel Spaß und fühle mich sehr wohl und man wird auch gleich als echtes Teammitglied akzeptiert. Wir lassen jungen Menschen viel Spielraum für Talent und Ideen. Wir möchten dich als neuen Mitarbeiter von unserem Unternehmen überzeugen. Hey, ich bin's, Ali Kuhli. Ich bin seit 6 Jahren bei der Firma Günther Bremer als Monteur beschäftigt. Meine Arbeiten sind hier sehr unterschiedlich. Für die Arbeit haben wir ein top gepflegtes Auto und super Werkzeug. Und die Bezahlung ist top mit vielen Extras. Wir sind immer auf der Suche nach guten Leuten. Kommen wir beruflich jetzt bei uns. Unser Motto lautet gut, besser, Bremer. Ruft uns doch an, damit wir uns näher kennenlernen können oder sendet uns gleich eure Bewerbung zu. Ruft uns doch an, damit wir uns näher kennenlernen können. Untertitelung des ZDF, 2020